schon mal erkennt sich genauer machen alles wie wie sicher und wir machen es denn die monster ausmählen neuen aber es ist wichtig dass ich ja kein gast mehr ja ich auch okay vergesst ich höre kein gast mehr und schon ist er da derzeit der nächsten feste weiter als alt auch ich rede gerade weg wenn es recht ist das ist mir jetzt scheiße ja was hier los ist erst mal weg und nicht in die Lava nicht in die Lava das ist alles andere sie halt so mal wollen wir nicht mal erst mal direkt mit dem ersten Schuss und die Lava ist hier ganz äh die Erde mit der Erde ist hier nichts passiert ähm und ich mich ich sehe nicht dann kommen wir schnell weil wenn ich mich nicht so kann dann aus dem Abgang machen und er hat und du es liebst jetzt nicht als nächstes er hat man in den Haaren war ja da muss doch passen wenn er wenn er im Inventar wirst du es so naja ich du mich hältst dazu bekommt ich habe hier noch ein bisschen ja alles sicher alles kamen alles sicher ich habe hier noch Prozent ein bisschen Dienst hier das ist ein Messer zieht steinziehen ach ja du musst erst mal reichen ich bin ich bin nicht irgendwie so ein bisschen so ok mehr hab ich jetzt da jetzt auf netherrack weiter oder wie äh ja ja warte nicht 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 nimm dich nicht nimm dich nicht nimm dich nicht nimm nochmal weiter jetzt dachte ich schon dieses nette Quarz ist ein Gas man kriegt Paras oder ich gehe mal so lange Ausschau halten nach Dingens nach es war so schön es war so schön direkt auf ner Festung die ist auch nicht schlecht ok da würde ich nicht mal wach haben aber ich sehe schon hier ist noch einer das ist genial nein komm mach den Abgang ja er ist schön da und spielen sie mit mitzummen zum Glück und nachfragen höll ich doch machen ab dann kann es mal nehmen sie haben sich das dieses Geld so wirst du schon in der Festung oder ja nach dem also die drüben Ruhl das kommt jetzt nicht nicht mehr mit meinem Sprecher schießen ist es auch ja weil er sagt hier ist man ich bin und so ist immer was ein Jahr hier kommen und ich mich durch mich nicht durch die besagt man darüber aber auch immer ein Weg da oben ist auch wenn ich alleine von innen da wo es sicher ist wo bist du da reingekommen äh da wo du gerade entstanden bist da kann man direkt rein, das ist quasi so ein Weg der es leere führt der einfach so wieder endet weißt du Alter, die geht hoch, die geht hoch, die geht hoch, ja alter ne du hast nen Gas ja danke fürs Bescheid sagen ich stehe nämlich noch hier oben auf der Festung ja gut, auf der Festung passiert ja nicht nee, außer dass er mich runterschießt so jetzt halt mich einfach in die Graben, das ist mir ja halt ok, also hier ist zumindest schon bei dieser Lavasee ok, alter P, mach dich alle könnten auch netherwarzen sein habt ihr sehr schön es ist schön, dass du immer den netherwarzen zu finden musst, ehrlich ich auch dass du immer alles finden musst ja, aber ich wir ermutigen, wenn mich jetzt zu sagen direkt drei Stücke, ich glaube ich komm mir jetzt sofort nach oben ey, das ist eine Truhe ja, ich weiß, wir sind öfter, öfter drum ja, ich sage bitte nicht, sage nichts mehr ja, sage lieber nichts mehr sonst würde ich aus hier hier sind wir ja los wenn du ja hier bist ja, mal gucken gehen auf dahinten nochmal so oh, wir haben Widersker hallo hallo oh Gott, er kommt direkt hallo, ich sagte ab mir, zack oh Gott oh Gott kommst du her mein Freund? so, du wolltest das Blaster machen, ne? ja, er kommt er kommt er kommt oh, scheiße come oh, wanne, okay ja ja, ich bis jetzt habe ich den drei Kohle von dem bekommen da ist ein Spalter hm, hier geht's wieder ins Lehrer Alter, das hallo ja, viel Spaß beim Krüger ja, viel Spaß beim Krüger ne, ne, lass mal lieber äh, Vater Dennis bleib mal gut hier bitte nein oder hast du ein Netterwarzen? nein ja, komm ich geb dir lieber die Netterwarzen ja, zumindest eine oder zwei naja, ich geb dir zwei das ist nicht ganz so schlimm als wenn ich draufgehe ja, das ist so in der Kisten ja, na klar ok, hier ist Ende aber da draußen ist ein Stein einfach ja, ja aber, oh wo ist die Frage, meine Freunde wo? ich bin jetzt hier außen, aber ich bin hier unten ein Slime, aber ich sehe Glows aber es noch gar nicht ah ja, genau, ich habe eine Behutsamkeit ja, genau aber geil ich krieg direkt die Dinger raus ja, ich weiß ja, ich weiß wobei ist auch einer aber scheiße manchmal kriegt man nämlich mehr Staub raus als andere ach, du mal lieber ab bitte hast du oh, Seelensand ne ne warum soll ich abbauen weil man manchmal mehr Glowsstone Staub rauskriegt als die Blöcker ne, nicht wirklich ne, nicht wirklich hat so ich mache das alle sind und auch Oh. Ich höre nicht mehr. Sehr witzig. Scheiße, du bist. So. Ja, ich hab gerade ein Skelett. Ja, ich hab gerade ein Skelett. Ich hab gerade noch. Ja, ich hab gerade ein Skelett. Ne, super. Ach, da. Ne, mach du. Oh, die brennen nicht, wa? Schade. Warst du nur Rundfunk? Ne, offensichtlich nicht. Oh, Nesawarzenbrechen. Du solltest schon mal... Nesawarzenbrechen. Wie? Wie Nesawarzen? Drei Stück und Treppen. Drei Golfer. Echt, du hast schon wieder eine Truhe gefunden? Ne, ist noch eine. Ja. Ne. Oh, drei Eisenpferde. Ja. So schön. Oh Gott. Da hab ich ja schon mal draufgegangen. Hab schon Sachen verloren. Was hast du denn verloren? Ich hab's alle eingesammelt. Äh, ne, meine... Schwur. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Sagen mal, hallo, hier hätt ich schon wieder eine Spitzhack oder so. Dann zwei Schwerte investieren. Die du hättest gebrauchen können. Ja. Ja. Scheiße, hier ist ein Lohnsborn, der ist eingebaut. Echt? Scheiße, mit Brenner und heißen. Hier, bei mir hier. Ja. Ja, komm, die Treppe Grigori haben denn. Ja, ich weiß nicht, ich hab's nicht so gemacht. Ich hab's ja auch mal neulich, hier schlecht. Ja, so schon. Ja, so schon. Ja, ich hab's nicht. Ja, ich hab's nicht so gemacht. Ich hab's ja auch mal neulich, hier schlecht. Jö, so schon. Ja, so schon. Bist du an den Brunnen vorbei gegangen? Ja. Ja. Oh Gott, ich ging hier nicht mehr. Nicht gerade. Oh Gott, oh Gott, ich war direkt die nächste. Nein. Oh, hier ist auch noch eine eingebaut. Alter. Mein Herr Negrisch. Ich hab' ich sterbe. Ich hab' nur noch drei Herzen. Was ist da oben? Da oben sind wir zwei oder drei Lohnen. Äh, ja. Ja. Ja, noch nicht fixiert. Das heißt, ich konnte die ganzen Urschlagen. Ja, Hammer. Ja, alles klar. Wie?